In diesem Video geht es darum, wie Sie Bilder in Zeichnungsobjekte umwandeln können. Warum möchte man das machen? Um zum Beispiel aus einem Bild bestimmte Inhalte zu entfernen oder Inhalte eines Bildes anders einzufärben. Ich habe hier dieses Bild des Hotte-Hüpf-Härtchens und möchte dafür sorgen, dass die Mähne anders eingefärbt wird. Dass es sich hierbei um ein Bild handelt, sehen Sie dann, wenn Sie das Objekt markiert haben, dann finden Sie nämlich in Ihrem Menüband das entsprechende Register Bild-Tools-Format. Also der Computer erkennt das als ein Bild. Möchte ich dieses Bild jetzt in ein Zeichnungsobjekt umwandeln, kann ich mit der rechten Maustaste auf das Bild draufklicken und habe zum Beispiel die Möglichkeit, die Gruppierung aufzuheben. Ich klicke hier auf diesen Befehl drauf. Der Computer sagt mir, das ist eine importierte Grafik und keine Gruppe und sorgt jetzt dafür, dass mir die Möglichkeit geboten wird, das Bild in ein Zeichnungsobjekt umzuwandeln. Ich bestätige das mal mit Ja. Und jetzt sehen Sie in Ihrem Menüband nicht mehr das Register für die Bild-Tools, sondern ein Register für die Zeichen-Tools. Ich mache das nochmals rückgängig. Sie sehen jetzt wieder das Register Bild-Tools. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ich mit der rechten Maustaste auf das Bild draufklicke und auf den Befehl Grafik bearbeiten klicke. Auch in diesem Fall kommt genau das gleiche Dialogfenster. Das ist eine importierte Grafik, keine Gruppe. Soll es in ein Zeichnungsobjekt umgewandelt werden? Ich sage Ja. Und der Computer zeigt mir jetzt auch wieder die Zeichen-Tools und nicht mehr die Bild-Tools. Jetzt kann ich in meinem Bild in den entsprechenden Bereich hineinklicken, zum Beispiel in den Bereich dieser oberen Kopfmähne, und kann jetzt dieses Element, nachdem es sich dabei jetzt um ein Zeichen-Objekt handelt, natürlich mit den Zeichen-Formatierungen ändern. Zum Beispiel kann ich die Füllung ändern und sage, ich möchte als Füllfarbe diesen gelben Farbton. Ich kann natürlich auch mehrere Elemente, zum Beispiel mit Hilfe der Umschalt- oder Shift-Taste markieren und kann für die gemeinsam natürlich auch die Farbgebung ändern. Ich habe hier noch ein weiteres Element, dieses Bild mit dem Fragezeichen. Wenn ich es anklicke, sehen Sie auch wieder im Menüband, dass es sich um ein Bild handelt. Die Bild-Tools werden wieder angezeigt. Ich möchte auch hier eine Umwandlung durchführen, also rechte Maustaste, zum Beispiel Gruppieren, Gruppierung aufheben. Ich bestätige mit Ja. Und jetzt kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich diesen äußeren Ring, wenn ich ihn nicht haben möchte, entfernen kann. Ich markiere ihn einfach, drücke die Entfernen-Taste und somit bleibt nur das Fragezeichen an sich übrig. Zum Beispiel klicke ich jetzt dieses innere Fragezeichen an und kann jetzt hier auch eine Füllfarbe ändern und sagen, ich möchte das lieber in roter Füllfarbe haben. Nicht jedes Bild lässt sich in ein Zeichnungsobjekt umwandeln. Es kommt immer darauf an, um was für ein Bild es sich handelt. Zum Beispiel bei diesem Herz handelt sich sie auch um ein Bild. Sie sehen wieder die Bild-Tools. Wenn ich jetzt dem Computer mitteilen möchte, das soll von der Gruppierung her aufgehoben werden, sehen Sie, das geht nicht. Auch der Befehl Grafik bearbeiten ist hier nicht verfügbar. Womit hängt das zusammen? Nur bestimmte Bildtypen lassen sich umwandeln, und zwar sogenannte WMF-Dateien und EMF-Dateien. Nachdem es sich bei diesem Herz um ein PNG-Bild handelt, also ein ganz anderer Bildtyp, lässt sich dieses Element nicht umwandeln. Ich wechsle noch zur nächsten Folie. Hier habe ich eine Österreich-Karte. Es handelt sich bei diesem Bild auch um eine EMF-Datei. Ich wähle sie aus, kann dem Computer auch jetzt wieder mitteilen, dass ich die Gruppierung aufheben möchte. Es erfolgt wieder eine Umwandlung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Bundesland anklicke, Oberösterreich, dann kann ich dem eine andere Farbe zuweisen. Möchten Sie also Bilder in Zeichnungsobjekte umwandeln, dann müssten Sie im Internet zum Beispiel nach solchen speziellen Dateien, also WMF- oder EMF-Dateien suchen, die dann einfügen und dann die entsprechende Gruppierung aufheben.